Das ist cool. Ihr seid... ...geil. Danke. Guten Tag, meine Freunde, der Leichter und Zeichnodal und willkommen zurück zu einer neuen Folge M-B-U-R-R-T-R-A-L-I-Y mit Izzy. Na, die Nudeln. Du bist gar nicht ein Tudel. Was ist ein Skull? Ein Skull ist ein Kopfi. Skull. Wupp. Irgendein Totenkopf oder ein normaler? Ne, ein Totenkopf. Cool. Cool. Hast du schon mal einen Totenkopf gebaut? Boah, jetzt im echten Leben? Mhm. Ne, nicht so ausführlich. Ich hab's mal probiert, damals mit meiner Kausine im Wald. Kausine. Kausine. Aber warum hast du es gelassen? Wir haben es probiert. Also, wir haben da so ein Reh gefunden. Ja. Es zerlegt. Und dann? Nach und nach. Aus den Organen. Mhm. Einen Kopf geformt. Warum? Dann haben wir nachher irgendwann zu viel Hunger gehabt und haben gegessen. Dann haben wir gedacht, komm, dann lass uns das auf ein andermal verschieben. Okay. Ist es wirklich so passiert? Ja, klar. Okay. Gut. Ich wollte nur nochmal nachfragen für meine Zuschauer. Glaubst du, ich erzähle Lügen-Geschichten? Niemals, du nicht, du als einziger Mensch auf diesem Planeten. Denkst du I-Doppel-Z-Lack persönlich hier am Stitz-Lack? I-Doppel-Z-Lack erzielt Lügen-Geschichten, Sturmwuppe. I-Doppel-Z-Lack erzielt nie, erzielt Lügen-Geschichten. Ich erzähle Lügen-Geschichten. Kurze Slow-Mo-Fuhr. Ich habe mich verbaut. 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 Gut, das war unser neuer Slow-Mo-Effekt, den wir eingebaut haben. Könnt ihr mal kurz in die Kommentare schreiben, wie cool ihr den fandet. Ich habe mich verbaut. Bäh! Bäh! So, die große Frage natürlich immer, wie baut man einen Totenkopf? Aus Bricks. Ja, den hatte ich aber... Ich hatte auch mal einen coolen. Ich habe das schon zweimal gemacht, glaube ich. Und einer war gut. Meiner wird saved. Wie lang ich schon nicht mehr Masterbellers gespielt habe, Mensch. Ne? Danke, danke dafür. Gerne. Magst Masterbellers, ne? Die Leute werden gleich gar nicht sehen, dass ich hier schon lange nichts mehr gebaut habe. Warum werden die das sehen? Ne, werden sie nicht. Ach so. Weil du da am Start bist. Weil's geil wird. Im Stizzlord, okay. Das ist natürlich jetzt hier wieder mal ganz vorne mit dabei. Gott sei Dank. Was ist ganz vorne mit dabei? Ja, mein Scheißdreck, den ich hier gerade zusammenhefte. Der Scheißdreck ist vorne mit dabei. Du bist ein großer Fan. Och Mann. Ey, das ist halt auch wieder Mist, den ich hier zusammen reime. Also einfach einen Kopf machen ist halt auch irgendwie nie drin. Ja. Hätte ich auch machen können. Habe ich aber nicht. Also nicht. Warum nicht genau? Nicht dein Ding. Weil ich auch mal was cooles machen wollte. Weißt du? Ich mache da so oft so Sachen, die sind total Standard. Wie zum Beispiel, weißt du noch, mit dem Spiegel? Weiß ich noch, ja. Das war ja kompliziert. Der war mega gut, aber eigentlich die Idee so. Oh Mann. Ja. Ja. Wie? Ja. Achso. Tolle Idee. Wieder eine Meisterleistung. I-Doppel-Z-Meisterleistung. Wieder am Start. So, schauen wir mal. Oh, es ist einfach nicht richtig. Also es ist einfach falsch. Das ist, was mich am meisten anpisst. Es ist einfach falsch. Was ist das falsch? Das stört. Das stört. Es stört. Es stört mich. Was ihr macht, ist falsch. Also das ist, äh, ich mag mich nicht bei sowas. Das ist äh. Mag mich nicht. Hast du da Persönlichkeitsprobleme? Ich hab da leichte Persönlichkeitszwe- Defizide. Persönlich- Persönlichkeitsdefizide. Kann es sein, dass du lagst oder so? Irgendwie? Äh. Defizide- Persönlichkeits- Persönlichkeits- Persönlichkeitsifizide hab ich da. So. Bin irreverabend. Stimmt, wir brauchen einen neuen Trend wieder für die Leute. Isi. Was für ein Trend? Milch is out, hab ich gehört letztens. Hat einer mir geschrieben. Was? Nein. Doch, doch, der hat mir geschrieben. Milch is out. Sag das einfach noch dreimal. Wegen der Milch, wegen der Milch. So, jetzt wieder in. Weil wir Trendsetter sind. Trendsetter-Boy. Was geht mit den Trendsetter-Boys? Wir sind die? Nein, was ist das? Wir sind die? Ja, die sind oder wir sind die? Wir sind die. Ja, grün. Ja, grün, ne? Wer kennt's nicht? Meine Güte, Leute. Deutschland. Ja, Deutschland. Stimmt, sagst du noch Deutschland mittlerweile? Ne, auch nicht mehr. Auch out. Ich weiß auch nicht. Also siehst du halt, wo wir zeitlich hingekommen sind inzwischen. Ja, aber der Sommer kommt auch langsam, ne? Man merkt, es wird immer wärmer und so. Neue Trends müssen gesettet werden. 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 Wäre das nächste coole Ding? Senf. Senf ist unterschätzt. Seit langem nicht mehr viel von Senf gehört. Könnte man da mal reinbringen. Ja, kann man reinhauen mal kurz in die Richtung. Merkst du, so bei Meckes und überall gibt's immer nur Mayo und Ketchup und so. Aber Senf? Ne, ne? Gar nicht mehr, ne? Früher war Senf echt so ein Ding. Ja. Was? Boah, das sieht so scheiße aus. Meins sieht mega gut aus. Du wirst richtig begeistert sein. Wow. Wer hat denn so ein Gesicht? Oh, das war so... Hä? Was? Ah, das ist ein Meme. Guck mal. Meme. Pfff. Ja, sieht scheiße aus. Warum ist das ein Meme? Das ist ein Penis. Hast du das gemacht? Ja, ist meins. Ist ja so lustig, wenn du einfach echt... Einmal mal so übelsten Scheißdreck baut. Und die Zuschauer sich so denken so... Hä? Was ist los bei ihm? Ich weiß nicht. Ha... Isi? Was, Isi? Ist das wieder... In deinem Texture Pack? Warum kommst du auf die Idee, dass das Isi sein Konzept ist? Ja, weil du vielleicht in deinem Texture Pack wieder was anderes siehst oder sowas. So voll geil... Ja, kann ja auch sein. Weil ich mach mal schnell das... Nein, ich wollte schnell das Texture Pack ausmachen. In welcher Farbe hast du denn gebaut, Isi? Ey, das waren so Bricks so, oder nicht? Grau. Aber warum ist dein Skull denn grau? Ja, weil er übelst alt war. Hey, guck mal, wenn du in die Blocks reingehst, ne? Dann hast du doch auch einen Skull da drin. Der ist auch unnormal grau. Ja, und der ist von einem Skelett. Guck mal, lach mal lieber den hier aus. Was haben die denn alle gemacht? Was ist das denn? Das ist Kino. Das ist schon spät. Es ist schon spät. Das ist echt ein Kino, ne? Ja, der macht einfach ein Kino. Ein Skull. War das nicht irgendwie ein Maker-Logo da vorne oder so? Stimmt, ja. Oh, guck mal, das kommt aber näher ran. Das ist ein Okay. Ist nicht so aufwendig, aber ist ein Okay, würde ich sagen. Was sagst du dazu? Fand ich meins cooler, ne? Bricks, Mann, das ist die. Ja, guck mal, jeder macht jetzt wieder diese ganze weiße Harzkacke. Guck mal, jeder macht das wieder. Guck. Was ist das überhaupt? Ja, natürlich, das muss Quarz sein. Nein, Quarz ist Standard. Ich find das voll okay. Soll das ein Dino gewesen sein? Hast du das gebaut? Das ist doch ernst. Überhaupt. Sicher. Ja. Geißer Bleeding. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Das ist mega cool gewesen. Das ist auch witzig. Das ist... Warum sind denn alle so kacke? Ist okay. Alles gut. Wirst spät. Hast du doch selber gesagt. Wir müssen vielleicht ins Bettchen gleich. Zu spät. Wir haben eine Bibi hier drin übrigens, ne? Bibi. Bibi. Stimmt. Eine Bi. Also wie Dagi Bi. Und ein Bibi von Bibi. Stimmt. Boah, das ist so ein Hardcore-Ding. So ein Engerfist, was du hinten auf einer Jacke drauf hast, weißt du? So... So in die Richtung geht das. Kenn ich nicht. Was ist Engerfist? Das von Bibi! Ah. Boah, dass die so aggressiv ist, hätt ich gar nicht erwartet, ey. Ja, übel, ne? Was ist das jetzt? Erklär. Ja, das ist so... Was? Das war's schon? Und ich bin voll! Ich bin voll! Ich bin voll! Ja! Ich bin voll! Siehst du? Die Bricks sind die Zukunft. Die Bricks sind die Zukunft. Was ich jetzt gerade nochmal anmerke, wenn du gerade ein bisschen ruhiger bist und ich Zeit zum Sprechen habe, gegen mich zu verlieren, ist schon krass. Das ist schon krass. Aber du hast ja gesehen, es ist schon spät. Die Leute haben sich, glaube ich, was anderes vorgestellt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Lass den Like dir achten. Schau crazy vorbei. Mann! Das ist doch nicht richtig so. Das ist doch nicht echt wichtig. Ich bin vollcibure. Das ist doch nicht so... Ich bin vollcibure. Ich bin vollcibure. Ich bin voll dabei.